Eine Außenministerin, die behauptet, sie habe jetzt keine Zeit für den Wahlkampf, denn sie müsse, ja was eigentlich? Und das erzählt sie in Washington. Es gehörte zu den Regeln der deutschen Politik, dass man im Ausland nicht irgendwas Deutsches bekannt gibt. Ja, es ist völlig richtig, was Herr Orban gemacht hat, dass er versucht, mit Putin genauso wie mit Zelensky zu reden. Politik im Fokus. Politik Highlights Breaking News. Politik im Fokus. Herzlichen Dank für den Empfang. Es lag nicht an mir, dass es so spät geworden ist. Es war wie üblich der deutsche Verkehr. Ich bin gebeten worden und damit will ich gleich in Medias Reis kommen. Ich bin gebeten worden, etwas zur Außenpolitik, zu Russland, zu den Kriegen zu sagen. Also heute nicht zu den Flüchtlingen. Das nehme ich an, haben Herr Orban und Herr Hilse schon gesagt. Und da sind wir ja alle einer Meinung und in den anderen Fragen sind wir auch einer Meinung. Aber das Problem, das wir im Moment haben, sind halt zwei Kriege in der Welt und einer in Europa. Und ich glaube, man muss am Anfang mal ein paar Worte zu unserer Außenministerin sagen. Die Reaktion? Völlig verständlich. Eine Außenministerin, die behauptet, sie habe jetzt keine Zeit für den Wahlkampf, denn sie müsse, ja was eigentlich? Und das erzählt sie in Washington. Es gehörte zu den Regeln der deutschen Politik, dass man im Ausland nicht irgendwas Deutsches bekannt gibt. Und sie erzählt in Washington, dass sie jetzt sozusagen nicht Spitzenkandidaten sein will. Aber Entschuldigung, alles was Frau Baerbock bis jetzt angefasst hat, ist eigentlich daneben. Nun ist das bei den Grünen sowieso daneben und bei Herrn Habeck auch. Aber bei Frau Baerbock ist es besonders schlimm. Und es ging damit los, dass sie den Saal nach Otto von Bismarck im Auswärtigen Amt umbenannt hat. Auf so eine Schnapsidee muss man erst mal kommen. Der Mann, der Europa den Frieden bewahrt hat, während er regiert hat, wird von den Grünen sozusagen nicht mehr akzeptiert. Und liebe Freunde, so ist die ganze Außenpolitik. Ich weiß, Bismarck hat innenpolitisch eine Menge Fehler gemacht. Der Kampf gegen Katholizismus und Sozialdemokratie waren die größten. Aber er war Deutschlands bester Diplomat. Und hat das neue Reich in eine lange Friedenszeit geführt. Wir haben nicht so viele Leute, an die wir uns erinnern sollten, historisch. In der schwierigen Geschichte, die wir als Deutsche durchgemacht haben, haben wir eigentlich nur drei Außenminister gehabt. Ich sage jetzt mal salopp, die was getaugt haben. Das war Otto von Bismarck. Das war der leider ermordete Walter Rathenau, der den Frieden mit der Sowjetunion 1922 hergestellt hat. Und das war Gustav Stresemann, der 2025 den Ausgleich mit dem Westen gesucht hat. Diese Tradition abzuräumen, weil der märkische Junker nicht ins Weltbild einer grünen Außenministerin passt, liebe Freunde, meine Damen und Herren, das ist zutiefst schäbig. Ich möchte ein paar Worte über die zwei Kriege verlieren, die uns beschäftigen. Die ja auch die Partei beschäftigen, die die Menschen beschäftigen. Beginnen wir mit dem Gaza-Krieg. Es steht außer Frage, dass Israel am 7. Oktober auf bestialische Weise angegriffen wurde. Auf eine Weise, die sozusagen alle Kriegsregeln verletzt. Wer Frauen schändet, Kinder zerstückelt und Männer enthauptet, hat jedes Recht auf Schonung und Rücksichtnahme verwirkt. Und das gilt auch, wenn der Ursprung des Nahostkonfliktes nicht eindeutig in Schwarz und Weiß und Gut und Böse einzuteilen ist. Das weiß ich auch. Dass die Sieger des Ersten Weltkrieges, an dessen Ende Land, das ihnen nicht gehörte, sowohl Arabern wie Juden als Heim und künftige Wirkungsstädte anboten, bleibt immer ein Debakel verspäteter Kolonialpolitik, an dem wir Gott sei Dank mal nicht beteiligt waren. Weil es den europäischen Gesellschaften trotz aller Fortschritte im 19. Jahrhundert nicht gelang, die jüdische Emanzipation auf europäischem Boden zu vollenden, wurde ein angebliches Problem ausgelagert, nämlich in den Nahen Osten. Und mit dem Problem haben wir heute noch zu tun. Meine Damen und Herren, dass wir Deutsche mit 6 Millionen ermordeten Juden daran später einen furchtbaren Anteil hatten, sollte uns alle sehr demütig in Bezug auf Kritik an Israel machen. Ja, ich weiß, die Bilder sind zum Teil furchtbar. Ob das richtig gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt ist, kann ich von hier aus nicht beurteilen und will es auch nicht beurteilen. Aber nochmal, das mögen Engländer, Franzosen, Amerikaner, auch Russen beurteilen. Wir Deutschen sollten uns in dieser Frage, was für Israel notwendig ist oder nicht, einfach zurückhalten. Liebe Freunde, meine Damen und Herren, viel schwieriger als das von uns im Grunde genommen nicht zu beeinflussende Geschehen im Nahen Osten, ist die Auseinandersetzung, die uns hier mehr berührt natürlich. Die Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine. Ja, auf den ersten Blick scheint hier Gut und Böse verteilt. Schließlich hat Russland die Ukraine angegriffen und versucht, ihre Staatlichkeit ganz oder in Teilen zu beenden. Und meine Damen und Herren, wer immer nach der Vorgeschichte fragt, wird in unserem Land inzwischen als Putin-Versteher denunziert. Dabei wäre es die Aufgabe unserer Diplomatie und auch dieser verammerleiteten Außenministerin, Tag und Nacht nach Lösungen zu suchen, ohne auf Gut und Böse zu schauen. Wie das Bismarck immer wieder getan hat. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass eine Außenministerin den Saal nach ihm abschaffen will. Stattdessen, meine Damen und Herren, wenn ein Politiker aus Ungarn, der ungarische Ministerpräsident, sozusagen das in die Hand nimmt und sagt, jetzt will ich mal versuchen rauszukriegen, was ist denn zu machen zwischen den beiden Kriegführenden. Denn jeden Tag sterben Ukrainer und Russen. Das kann nicht richtig sein. Also ist im Grunde genommen alles richtig, was den Versuch macht, das Problem aufzulösen. Und was hören wir? Von unseren Politikern Kritik, aber leider auch von anderen europäischen Politikern. Ja, es ist völlig richtig, was Herr Orban gemacht hat, dass er versucht, mit Putin genauso wie mit Zelensky zu reden. Meine Damen und Herren, und ich muss in diesem Zusammenhang noch etwas sagen. Das ist nicht unser Krieg und er geht uns eigentlich auch nichts an. Frau Baerbock, die auch mal Krieg mit Russland führen wollte, hat mal erklärt, wir stehen an eurer Seite, solange ihr uns braucht, egal was meine deutschen Wähler denken. Liebe Freunde, das ist der Grund, warum diese grüne Außenministerin weg muss. Applaus Denn dieses entgegen dem Interesse unserer Außenministerin und dem Gerede unserer Außenministerin nicht unser Krieg und seine Fortsetzung ist nicht in deutschem Interesse. Selensky will uns in einen Konflikt hineinziehen. Verstehe ich, würde ich an seiner Stelle auch machen, wenn ich für die Ukraine sprechen würde. Ist doch völlig klar. Denn nur wenn wir hineingezogen wären, wenn die NATO hineingezogen wird, nur dann hat er eine Chance, das zu überstehen und zu gewinnen. Aber es bleibt trotzdem falsch. Es ist nicht unser Krieg und wir müssten alles tun, dass zwischen Russen und Ukrainern wieder Gesprächsfähigkeit hergestellt wird. Ich rede noch gar nicht vom Frieden. Ich rede von Gesprächsfähigkeit. Applaus Und liebe Freunde, lassen Sie mich noch etwas sagen. Es wird uns eingeredet inzwischen, das sei ein Konflikt zwischen Demokratie und Autokratie. Das ist natürlich Unsinn. Die größte Demokratie der Welt, Indien, steht nicht auf Seite des Westens und der Ukraine. Da muss man sich doch mal fragen, auch im deutschen Auswärtigen Amt. Warum tut sie das nicht? Weil der Konflikt eben kein ideologischer Konflikt ist, sondern ein Interessenkonflikt zwischen Staaten, die sich noch nicht auf eine Nachordnung, nach sowjetischer Ordnung geeinigt haben. Und liebe Freunde, das ist schwierig. Dafür, dass man mit einer neuen Ordnung zurechtkommt, muss man sich erst mal darum kümmern, um welche Ordnung es sich handelt. Stattdessen beschäftigen wir uns mit feministischer Außenpolitik, gerade wegen in Peru, und erklären, dass wir irgendwelche Werte verteidigen müssten. Nein, liebe Freunde, es geht nicht um Werte, es geht darum, den Krieg in diesem Gebiet so weit wie möglich durch unsere Vermittlung zum Erliegen zu bringen. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn der Fraktionsvorsitzende der SPD sagt, man solle das einfrieren, und alle anderen schreien, das sei falsch, kann ich nur sagen, auch wenn ich kein Sozialdemokrat bin, da hat er recht, der Fraktionsvorsitzende. Meine Damen und Herren, wieso ist es dazu gekommen? Nach dem Ende der Blockkonfrontation für einen historischen Moment sah es so aus, als ob wir in einer Welt leben, in der der Sieg der westlichen Demokratie überall auf der Welt sozusagen sich durchsetzt. Doch dieser Moment ist längst vorbei. Wir leben in einer multipolaren Welt, die keine universellen Werte und Normen mehr hat. Das ist nun mal so. China lebt nach anderen Regeln und Gesetzen, und auch Russland lebt nach anderen Regeln und Gesetzen. Westliche Werte sind richtig als Vorstellungen innerhalb des westlichen Lagers. Wir können damit weder China noch Russland sozusagen für diese Ordnung gewinnen, und es kann auch nicht darauf ankommen, was die Menschen in China und in Russland für eine Ordnung aufbauen wollen. Das ist ihre Aufgabe, und es ist nicht Aufgabe der Amerikaner, der Briten oder der Deutschen, das in irgendeiner Weise zu verhindern. Und liebe Freunde, Außenpolitik funktioniert nicht gemäß irgendwelcher Gerechtigkeitsvorstellungen, weil die Staaten, wie es ein Politologe, der sehr gut und berühmt ist, Herr Münkler vor kurzem in einem neuen Buch festgestellt hat, über sich keinen anerkennen, der als Hüter der Gerechtigkeit auftritt. Und das ist, liebe Freunde, immer so gewesen. Malta und Luxemburg sind nicht dasselbe wie Russland, Frankreich oder Amerika. Das ist nun mal so. Die Staaten handeln gemäß ihren Interessen und nicht nach demokratischen Spielregeln. Und deswegen haben sie eben kein Recht, ein freies Bündnis zu wählen. Ja, nach der Ordnung der UN-Vollversammlung, ja. Aber die USA haben 1961 auch nicht erlaubt, dass Kuba Raketen aufstellen konnte, die die USA in wenigen Minuten erreichten. Und die USA haben seit 1823, seit der Monroe-Doktrin immer gesagt, auf unserem Kontinent gibt es keine neuen europäischen Mächte, die hier was zu sagen haben. Das hat auch nichts mit der UN-Charta zu tun. Und es ist trotzdem richtig, dass wir 1961 die USA darin unterstützt haben, dass sie den Versuch beseitigte auf dem Boden Kubas Raketen, die in drei Minuten New York erreichen können, aufgebaut haben. Und genauso, meine Damen und Herren, hat Russland das Recht, die Frage zu stellen, ob die Ukraine in die NATO darf. Ja, rein formal darf sie es. Aber es ist völlig falsch, dass eine Nation den Versuch macht, einer anderen großen Nation sozusagen etwas aufzudrängen. Also muss man von uns aus den Versuch machen, dieses zu entspannen und nicht durch neue Politik neu sozusagen immer wieder den Versuch zu machen, jetzt muss auch die Ukraine in die NATO und wir müssen dies dann sichern. Wir müssen sozusagen das ukrainische Territorium sichern. Und meine Damen und Herren, da sind wir leider bei der Vorgeschichte des Russlandkrieges, des Ukraine-Krieges. Ich habe gesagt, das hat eine Vorgeschichte und es ist eben nicht einfach so, dass Herr Putin in der Ukraine eingefallen ist, weil ihm sonst nichts anderes eingefallen ist. Ja, es ist vieles umstritten, aber eins ist nicht umstritten. In den Wiedervereinigungsverhandlungen 1989 ist in vielen Gesprächen, die Herr Genscher bestätigt hat, die er frühere Außenminister James Baker bestätigt hat, die der frühere britische Außenminister Hörth bestätigt hat, ist gesagt worden, wir dehnen die NATO nicht über die ehemalige DDR, also uns hier aus. Ich will nur ein Zitat vorlesen von dem damaligen britischen Außenminister Hörth. Ich habe das selbst, das habe ich schon mehrmals gesagt, von Horst Teltschick, dem deutschen Verhandler, gehört, der natürlich nicht sozusagen der Bestimmende war, sondern das Objekt zu bestimmen hatten die vier Siegermächte einschließlich der damals noch bestehenden Sowjetunion. Von dem britischen Außenminister Hörth stammt die Feststellung und das kann man überall nachlesen, in der NATO gibt es keine Pläne, die Länder Ost- und Mitteleuropas in irgendeine Form in die NATO aufzunehmen. Das Gegenteil davon haben wir gemacht. Ja, die Ordnung hat sich geändert. Damals gab es noch den Warschauer Pakt und da war diese Frage der Aufnahme in die NATO sozusagen nicht aktuell. Aber wenn sich so etwas ändert, dann muss ich mit Russland versuchen, einen Weg zu finden, wie eine gemeinsame neue Friedensordnung in Europa gebaut werden kann. Ich kann nicht den Versuch machen, die russische Großmacht zu versuchen, aus Mitteleuropa herauszudrängen und im Grunde genommen das, was man mal, ich will nicht sagen verpflichtend zugesagt hat, aber das, was man in den Verhandlungen, wo man sich in den Verhandlungen einig war, dass man das einfach vom Tisch gibt. Und das ist genau der Fehler. Natürlich kann man im 21. Jahrhundert wahrscheinlich kein verlorenes Imperium neu errichten. Insofern halte auch ich die russische Politik in dem Sinne für falsch. Und sollte die Ukraine diesen Krieg nicht vollständig verlieren, dann hat ihr Putin durch seinen Angriff erst jene Identität verschafft, die sie vorher nie wirklich hatte. Denn die Ukraine ist ein Land, das 1918 kurz vor dem Ende des Ersten Weltkrieges unter deutscher Hilfe gegründet wurde, unter damals noch militärischer kaiserlicher Hilfe. Wie immer dieser Krieg ausgeht, Russland bleibt der große Nachbar im Osten, genauso wie er für Bismarck war und wir Deutschen tun gut daran, mit diesem Nachbarn auch wieder in ein vernünftiges Gespräch zu kommen. Es ist völlig falsch, die russische Führung zu verteufeln. Ja, ich würde diese Politik auch nicht machen. Völlig richtig. Aber Putin ist weder Napoleon noch Hitler. Putin versucht, das alte Russland des Zarenreiches wieder aufzurichten. Ich glaube nicht, dass ihm das gelingt. Aber es ist von vornherein sozusagen kein Verbrechen. Dass er sich wahrscheinlich in Kriegsverbrechen verstrickt hat in dieser Auseinandersetzung, das muss dann objektiv geklärt werden, wenn dieser Krieg vorbei ist. Also können wir nur ein Interesse haben, dieser Krieg muss bald vorbei sein und wir müssen alles dafür tun mit unserer Politik, dass er vorbei ist und dass beide zur Vernunft kommen. Lassen Sie mich, liebe Freunde, noch ein kurzes Thema ansprechen. Es gibt auf der einen Seite diejenigen, die möglichst alle Beziehungen zu Russland oder China abbrechen möchten. Das habe ich gerade dargestellt, weil sie sogenannte autoritäre Staaten sind und nicht unsere Werte teilen. Es gibt auf der anderen Seite aber auch Leute, die am liebsten die NATO für Deutschland verlassen würden. Und liebe Freunde, ich weiß, das ist nicht so populär. Aber wenn wir aus der NATO austreten, ist das unbismarkisch. Auch er würde das heute nicht machen. Denn die NATO hat in der Vergangenheit, in den 75 Jahren, wo sie bestanden hat, Deutschland Schutz geboten. Und so wie wir inzwischen militärisch aufgestellt sind, brauchen wir die NATO. Die Frage ist jetzt nicht, ob alles richtig gemacht worden ist. Ich habe gerade dargestellt, das bestimmt nicht alles richtig gemacht worden ist. Aber Deutschland ist zu groß, um sich zu verstecken und militärisch zu klein und zu schwach, um sich allein verteidigen zu können. Und liebe Freunde, unsere Handelswege, auf die wir angewiesen sind, zum Beispiel die am Golf von Aden, mit der Gorch-Fock, werden wir sie nicht sichern. Also brauchen wir Unterstützung. Aber die NATO ist ein Bündnis souveräner Nationen. Und es gibt einen Politiker, der ganz kühl schon mal gesagt hat, nein, das mache ich nicht mit. Gerhard Schröder, kein Freund von uns, aber Gerhard Schröder hat damals deutlich gesagt, nein, in den Irak marschieren wir nicht. Und er hatte völlig recht und es ist ihm auch in keiner Weise auf die Füße gefallen, sondern alle haben ihn dafür am Ende bejubelt. Wir müssen nur in dem Bündnis ganz klar unsere Souveränität zum Ausdruck bringen und wenn wir mit etwas nicht einverstanden sind, dann müssen wir es deutlich sagen und sagen, damit sind wir nicht einverstanden und das machen wir nicht mit, genauso wie es Herr Orban macht, genauso wie es Herr Erdogan macht. Und liebe Freunde, wir müssen immer auch an unsere Vergangenheit denken. Wenn Deutschland heute sozusagen aus, trotz aus der NATO austreten würde, würde das Gerede unserer Nachbarn losgehen, ach, Deutschland ist wieder auf dem Sonderweg. Wir haben verlernt, dass wir unsere Interessen wahrnehmen müssen. Ich habe es gerade versucht darzustellen. Die anderen nehmen ihre Interessen wahr. Und liebe Freunde, ich möchte nicht sehen, wie Deutschland alleine dasteht, wenn ich mir angucke, was sonst so noch geschieht. Vor kurzem sollten wir noch Reparationen in Billionen Höhe von unseren polnischen Freunden zahlen. Liebe Freunde, abgesehen davon, dass Generationsfrage erledigt ist, wenn mir jemand sagt, wir sind von Freunden umgeben, bin ich sehr vorsichtig. Wir sind nicht von Freunden umgeben, sondern wir sind von anderen Ländern umgeben, die eigene Interessen haben. Das hat ein Mann wie Bismarck klar gesehen. Unsere Politiker wollen das nicht mehr sehen. Und deswegen, wie ich auf der einen Seite klar sage, wir müssen unsere Beziehungen zu Russland weiterführen in dem alten bismarckischen Sinne und wir dürfen die Führung Russlands nicht verteufeln, sage ich auch, es tut uns gut, wenn wir in der NATO bleiben und unseren Partnern auch deutlich sagen, nein, das ist mit uns nicht zu machen, das wollen wir Liebe Freunde, Europa ist immer noch eher ein geografischer statt eines politischen Begriffs und für die Europäische Union gilt Bismarcks ironische Feststellung, ich habe das Wort Europa immer im Munde derjenigen Politiker gefunden, die von anderen Mächten etwas verlangten, was sie im eigenen Namen nicht zu fordern wagten. Die Welt hat sich nicht sehr verändert und sie wird sich auch nicht verändern, denn der Versuch sozusagen eine Ordnung herzustellen und Staaten, die völlig unterschiedliche Interessen, ja auch unterschiedliche Größe, Macht und Einfluss haben, sozusagen in eine einzige, ein einziges Korsett zu zwingen, wird niemals funktionieren. Und deswegen, liebe Freunde, am Ende noch ein Bismarck-Wort. Die Pflicht des Staatsmanns ist es, den Staat von ideologischen Mächten und gesellschaftlichen Kräften unabhängig zu halten. Interessenpolitik, deutsches Interesse, das ist das, was wir tun müssen und das hoffe ich, wird sich irgendwann mal dadurch durchsetzen, dass wir an einer Regierung beteiligt sind. Ich bedanke mich. Politik im Fokus. Politik highlights breaking news. Politik im Fokus. H H H H Vielen Dank.